So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Heute ist der Rosenmontag, ganz frisch, Video direkt von heute aufgenommen. Morgen beginnt das Karnevals-Event, Karneval der Pokémon oder so. Wir haben ein Infovideo dazu rausgehauen, können aber auch nochmal im Blogpost nachlesen, auf der offiziellen Seite, da ist ja immer alles, oder ingame zeigen die euch das ja alles auf. Weil morgen ein neues Event losgeht und in einer Woche am Montag das Große der Weg nach Sino-Event startet, bis das dann am Wochenende mit der Sino-Tour, der Go-Tour-Sino, ausklingt, wo wir ja dann in Gera sein wollen mit Genaya, mit Thomas, dort spielen, wer auch in Gera unterwegs ist oder so. Vielleicht trifft man sich ja sogar. Ich habe dazu noch kein Infovideo gemacht. Also die Sino-Tour am Wochenende nächste Woche habe ich Video gemacht, aber das Event der Weg nach Sino, was halt die ganze Woche läuft, bis zum Wochenende rein, dazu habe ich noch kein Video gemacht und das möchte ich jetzt machen, denn jetzt wird es bald Zeit. Ihr seht hier ein super tolles Bild. Da laufen die so einen Berg hoch, sieht aus wie die Wanderung zum Bismarck-Turm. Da seht ihr die Starter, ihr seht die Pikachus, ihr seht Dialga, ihr seht Palkia, der Weg nach Sino. Es wird zwei Tickets geben. Das gleich mal vorweg. Die stehen auch hier oben direkt dran. Dann, ich werde mir natürlich weiterhin, weil das ja Free-to-Play sein soll mit dem Habanero, ich werde mir definitiv kein Ticket kaufen. Wenn jemand ein Ticket kauft und verschenkt, dann könnt ihr das machen, müsst ihr aber nicht. Und ich glaube, diesmal die zwei Tickets sind auch wirklich absolut nicht so wichtig. Hier steht zwar 5 Dollar für ein Ticket, das heißt, bei uns sind das, glaube ich, dann wieder 5,99. Aber es gibt zwei verschiedene, ein Raid-Ticket und ein Ei-Ticket bei dem Raid-Ticket. Für den Abschluss der befristeten Forschung, der Weg nach Sino, Raids. Winken folgende Belohnungen. 10 Dialga-Bong-Bongs, 10 Palkia-Bong-Bongs, 5 Vitran XL, 5 Giratina XL, 5 Grysilia XL, 5 Dacra XL, Eboli Fan-Maske, die man hier auf dem Bild sieht, was einfach mega hässlich und dumm aussieht. Wer sowas kauft, keine Ahnung. Und die Boni, 5000 EP zusätzlich für erfolgreiche Raid-Kämpfe. Ein zusätzliches Bonbon für Pokémon, die in Raid-Kämpfen der Stufe 5 gefangen werden. Zwei zusätzliche Raid-Pässe von Arenen pro Tag. Mit diesem Raid-Ticket hätte man dann also zwei Gratis-Pässe pro Tag, wenn das jetzt so sieben Tage geht. Hast du ja 14 Pässe drin für 5 Dollar. Kriegst du auch ein paar Bonbons hinterher. Hast mehr EP. Klingt vielleicht erstmal ganz cool, aber die Maske sieht doof aus. Die Bonbons kriegst du ja so beim Fangen sowieso hinterher und ist jetzt nicht so notwendig. Vor allem, weil dann auch Pokémon drin sind in den Raids, wenn du zweimal am Tag das eine machen kannst, was doof ist. Dann bringt es ja auch nichts, dass du zweimal das doofe Pokémon kriegst. Das gleiche Ticket gibt es aber nochmal mit Schlüpfen. Hier gibt es eine Forschung, der Weg nach Sino-Schlüpfen, bei dem ihr dann auch in der Forschung Pachirisu, Plaudergei, Venufliebis bekommt. Wenn ihr die noch nicht habt, könnt ihr euch da die Pokédex-Einträge sichern, ohne dass ihr großartig brüten müsst. Obwohl ihr wahrscheinlich in der Forschung auch brüten müsst, aber ihr begegnet denen wahrscheinlich sowieso so in der Forschung. Sonst müsst ihr ja beim Brüten wieder Glück haben, dass ihr die überhaupt aus den Eiern rauskriegt oder so. Hier gibt es als Belohnung dann eine Pikachu-Fan-Maske, die genauso doof aussieht. Doppelte Schlüpf-EP, doppelte Schlüpf-Bonbons, doppelter Schlüpf-Staub finde ich jetzt sogar noch uninteressanter als das mit dem Raid-Bonus oben. Also das Raid-Ticket, das klingt ein bisschen interessanter als mit dem Schlüpfen, finde ich jetzt total weird. Außerdem gibt es dann ab nächster Woche Montag wilde Pokémon, Shellast-Panflam-Plinfer und mit Glück auch Shellkarein-Panpyro-Plibrin. Finde ich alle absolut nutzlos, hatten alle Z-Day, haben keine Mega-Entwicklungen, sind jetzt nicht die besten, krassesten Pokémon. Deswegen, ja, interessiert mich jetzt nicht so. Raid-Kämpfe, auch am Montag dann. Raid-Kämpfe mit Shellast-Panflam-Plinfer, Shellkarein-Panpyro-Plibrin. Hm, ist dasselbe, was es wild gibt, nur in Raids für mich also auch irgendwie uninteressant. Wir haben aber ab dem Montag, dem 19. Februar nächste Woche was ganz Besonderes. Und zwar haben wir jeden Tag eine Raid-Stunde 18 Uhr und jeden Tag ein anderes Pokémon drin. Und ich wollte eigentlich versuchen, auch jeden Tag in dem Event, weil jeden Tag ein anderes Pokémon da ist, jeden Tag ein Community-Raid zu machen mit Video vor Ort. Montag geht's los mit Darkrai. Sehr cooles Pokémon, 663 Raids hab ich damals gemacht, bis ich das 100er hatte auf dem Main-Account. Am Dienstag kommt dann Griselia, da brauch ich auch noch den Pokédex-Eintrag. Jetzt auf dem Habanero ist eher so ein GWL-Pokémon. Mittwoch wird mega interessant, da ist das Seendrio komplett drin, aber aufgeteilt in seine jeweiligen Regionen. Das heißt, wir kriegen natürlich nur Westbrit. In Amerika gibt's abends Tobuz und in Asien-Pazifik-Raum gibt's Selve. Ich hab zwei Fan-Raid-Pässe mir angespart mittlerweile. Ich wollte versuchen an dem Tag, dass ich vielleicht jemanden find, der mich zu Selve einlädt, ich dann vor Ort hier Westbrit mach und dann einen hab, der mich zu Tobuz einlädt, sodass ich alle drei in ein Video irgendwie reinpacken kann und mir alle drei Pokédex-Einträge hole. Ob das so funktioniert, weiß ich noch nicht. Donnerstag habt ihr dann Heatran, da sieht das Ganze dann wieder normal aus. Und am Freitag gibt es dann Giratina. Samstag und Sonntag ist ja dann die Sino-Tour, die Go-Tour Sino. Da habt ihr ja sowieso die Jalga-Palkia drin, in den Urformen und in den normalen Formen, je nachdem, welches Habitat ihr gerade habt, das ja stündlich wechselt, haben wir ja Video zugemacht. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr abwechslungsreiche Woche. Darkrai ist auf jeden Fall ein Highlight. Giratina in der Urform ist auch ein weiteres Highlight. Giratina in der Urform hab ich so auch in der Meisterliga immer gespielt. Auf dem Main-Account Heatran mit seiner neuen Attacke war eigentlich auch ein cooles Pokémon. Konnte man auch als Feuerangreifer nutzen, nachdem das mit der Attacke deutlich aufgewertet wurde. So. Ich brauch von jedem gefühlt immer nur ein Raid und ein Pokédex-Eintrag, dann bin ich erstmal bedient. Was haben wir für zwei Kilometer-Eier? Zwei Kilometer-Eier während des Events. Knospi, Klingplim, Mobile, Vonera, Mamfaxo, Riolo, Mantirops. Klingplim müsste neu sein als Shiny, oder? Alle anderen gab's, glaub ich, schon. Klingplim, gibt's das schon als Shiny? Nee, oder? Ist mir jetzt wahrscheinlich entgangen, gibt's ja neu. Event-Boni, Eier, schlüpfen, doppelt so schnell. Von Freitag bis Sonntag gibt es kein Fan-Raid-Limit. Von Montag bis Donnerstag wird das Fan-Raid-Limit auf 10 erhöht, also statt 5, 10. Und dann gibt's noch eine befristete Forschung, sowieso für alle, in dem Weg nach Sino-Event, wo ihr in der Forschung Heatran, Giratina, Grisilia und Darkrai bekommt. Also die müsste man auch nicht mal raiden. Die würde man sowieso aus der Forschung kriegen, so zum Fang. Das find ich dumm. Das sind ja die, da kommst du leicht ran. Das Sehntrio, das ist nicht in der Forschung drin. Beim Sehntrio hätte es sich gelohnt, dass jeder einmal eins kriegen kann, auch wenn er keine Freunde hat, die einen dazu einladen. Oder das ist halt, und dabei sind die gar nicht mal nützlich, das Sehntrio. Trotzdem sind die so gut versteckt. Feldforschungsaufgaben. Während des Events sind Feldforschungsaufgaben rund um die Go-Tour-Sino verfügbar. Schließt die ab, um Items zu erhalten, die euch auf das globale Fest vorbereiten. Neue Avatar-Artikel und Sticker haben wir nochmal da. Es gibt da einen Giratina-Helm, Flügel, eine Giratina-Jacke, ein Diamant-Gewand und Stiefel. Ein Perlgewand und Stiefel und ein Team-Galactic-Outfit. So, außerdem, also das müsst ihr, könnt ihr dann alles kaufen. Was es aber kostenlos gibt, ist dieses T-Shirt zur Go-Tour 2024. Was es während des Events und während der Go-Tour und aber auch danach wohl im Shop kostenlos gibt. So, was steht hier nochmal? Wir können nochmal, wir können wieder Sticker erhalten an Pokestops und aus Geschenken. Also da kriegst du auch wieder einige Sachen hinterher geschmissen. Sonst steht hier weiter nichts. Also die Spawns sind echt schwach, weil das sich halt wirklich nur auf die Starter beruht. Die Raids sind jetzt auch nicht so interessant in dem Sinne. Dark-Rei und Giratina, die Highlights, ja, das Sehntrio ist kompliziert, nur an dem einen Tag. Aber ich werde ein paar Pokedex-Einträge noch holen für den Habanero-Account. Und ansonsten ist das übersichtlich, es ist übersichtlich. Also ich weiß nicht, wie wir das machen. Wir wollen ja Freitag schon nach Gera fahren. Ob ich es schaffe, um 11 ein Giratina zu machen, das noch hochzuladen, bevor wir nach Gera fahren. Ich weiß noch nicht, wann wir losfahren. Ansonsten wäre Montag bis Freitag jeden Tag ein Community-Raid geplant und angesetzt. So, das war es erstmal von meiner Seite aus. Habt ihr Bock auf den Weg nach Sino? Was ist euer Liebling von den Pokémon, die gerade hier vorgestellt wurden? Meins ist wahrscheinlich Dark-Rei. Einfach, einfach Dark-Rei. Kannst du auch nicht tauschen. Ist mysteriös. Musst du es so kriegen. Da steckt was drin. 663 Raids damals. Da werde ich ewig dran denken. Ansonsten viel Spaß im Karneval. Heute Abend chill mit Ramses. Und peace out forhaut. Euer Ramses. Ciao.